Es ist wieder Zeit, dein Können unter die Lupe zu nehmen. Hab keine Angst. Wir testen nur deine detektivischen und logischen Fähigkeiten. Ja, es wird ein lustiger Test. Also zähle deine richtigen Antworten, um am Ende des Videos dein Ergebnis zu erfahren. Bereit? Gut, ich habe schon das Richtige für dich. Nummer 1. Zwei Eimer. Du hast zwei Eimer Wasser. Im ersten Eimer wird das Wasser auf 38 Grad Celsius erhitzt. Im zweiten Eimer wird das Wasser auf minus 73 Grad Celsius abgekühlt. Du lässt gleichzeitig zwei Münzen in die Eimer fallen. Welche Münze erreicht den Boden zuerst? Natürlich die Münze, die du ins warme Wasser geworfen hast. Die andere kann gar nicht sinken, weil das Wasser im Eimer gefroren ist. Nummer 2. Ein geplatzter Reifen. Ein Mann fuhr mit seinem Auto den ganzen Weg von New York nach Boston. Erst am Ende seiner Reise stellte er fest, dass einer seiner Reifen durchstochen war. Das musste schon am Anfang passiert sein. Trotzdem kam er ans Ziel und seine Reise wurde von diesem Problem nicht beeinträchtigt. Wie ist das möglich? Der zerstochene Reifen war das Ersatzrad. Nummer 3. Berüchtigte Bankräuber. Detektive hatten mehrere Jahre versucht, zwei berüchtigte Bankräuber zu fangen. Schließlich gelang es ihnen nach dem letzten Überfall, einen der Verbrecher zu schnappen. Polizeibeamte verhörten ihn zwei Tage lang, aber er sagte nichts über das gestohlene Geld oder wo sich sein Komplize versteckt hält. Trotzdem gelang es den Detektiven in den folgenden 24 Stunden, den Ort zu finden, an dem das Geld versteckt war. Es war ein kleines Haus in einem Vorort. Im Keller war ein Mann, der sehr aufgeregt schien, als er die Polizei sah. Er sagte, er sei seit einer Woche in dem Haus gefangen. Niemand kam und ihm ging langsam das Essen aus. Deshalb war er so glücklich, als er die gute Nachricht in der Zeitung gelesen hatte. Die Polizeibeamten wussten sofort, dass er der Komplize war. Woher? Wenn er im Keller gefangen war, wie konnte er dann an eine aktuelle Zeitung kommen? Nummer 4. Eine interessante Frucht. Welche Frucht ist näher an der Erde? Die Erdbeere. Erwischt. Und ja, die Erdbeere ist eine Frucht. Eine Sammelnussfrucht, weil sie außen Kerne hat. Nummer 5. Die Wachroboter. Du bist in einem bizarren Raum gefangen. Erstaus glänzend im Metall, ohne Fenster, aber mit zwei Türen. Eine führt in die Freiheit und hinter der anderen droht eine Gefahr. Du weißt nicht, welche Tür dein Leben retten wird. Zwei Roboter bewachen diese Türen. Sie sind bereit, dich durch eine Tür gehen zu lassen. Sobald du dich für eine Tür entschieden hast, musst du da durch. Gut ist, dass du den Robotern eine Frage stellen darfst. Bedenke aber, einer sagt immer die Wahrheit und der andere lügt immer. Du weißt nicht, welcher welche ist. Welche Frage solltest du stellen? Wenn ich den anderen Roboter fragen würde, welche Tür sicher ist, was würde er antworten? Der ehrliche Roboter wird dir die Wahrheit sagen und auf die gefährliche Tür zeigen. Und der Lügner wird, nun ja lügen und ebenfalls auf die gefährliche Tür zeigen. Du kannst also sicher durch die andere Tür abhauen. Nummer 6. Ein kniffliger Trick. Ein einflussreicher Unternehmer kam vom Mittagessen zurück und stellte fest, dass sein Safe aufgebrochen wurde und sein gesamtes Geld gestohlen worden war. Im Safe war eine Notiz. Denk nicht einmal daran, die Polizei zu rufen. Der Mann tat das Gegenteil. Er rief die Polizei und erzählte ihnen, dass er vermute, dass sein Halbbruder David dieses Verbrechen begangen habe. Einer der Polizeibeamten besuchte David und stellte ihm mehrere Fragen. Aber der Mann zeigte dem Beamten seinen rechten Arm, der eingegipst war. Sehen Sie, ich habe mir vor ein paar Tagen den Arm gebrochen. Wie sollte ich in das Büro meines Bruders kommen und ihm eine Nachricht schreiben? Dem Polizeibeamten bleibt nichts anderes übrig, als zu gehen. Er beschloss in einem Café gegenüber von Davids Wohnung zu warten. Eine halbe Stunde später, sah der Polizist, wie der Mann das Haus verließ. In diesem Moment erkannte er, dass der Bruder der Dieb war und eilte zur Verhaftung. Aber woher wusste er das? Der Polizist bemerkte, dass David beim Verlassen seiner Wohnung den Gips nicht an seinem rechten, sondern am linken Arm trug. Nummer 7. Ein Schmuggler Die Polizei wusste, dass ein Geschäftsmann Diamanten schmuggelt, konnte es aber nicht beweisen. Der Mann flog durch die ganze Welt und hatte immer einen kleinen Koffer dabei. Weil der Geschäftsmann nie Toilettenartikel aus den Hotels nutzte, hatte er immer alles in seinem Koffer. Sein Pyjama, ein Hemd, Jeans, Socken, ein Rasiermesser, eine Tube für Zahnpaste, etwas Rasierschaum, eine Haarbürste, Seife, eine Flasche Parfüm und ein Handtuch. Der Detektiv sah sich diese Liste an und erkannte, welches Objekt der Geschäftsmann zum Schmuggeln der Diamanten benutzte. Erkennst du es auch? Der Mann schmuggelte die wertvollen Edelsteine in der Zahnpastatube. Er hatte immer einen Gepäck, aber nie eine Zahnbürste. Sein schlechter Atem war bestimmt auch schon aufgefallen. Nummer 8. Familienbande Der kleine Paul zeigt auf jemanden und sagt, sie ist die Tochter des einzigen Kindes meiner Großmutter. Ist diese Person mit Jamie verwandt? Ja, das ist deine Schwester. Nummer 9. Eine gefährliche Kiste. Du bist in einem Keller eingesperrt. Um da rauszukommen, musst du deine Hand in eine von drei Kisten stecken. In der ersten Kiste sind Ratten, die zweite ist mit Schlangen gefüllt. Und in der dritten sind Spinnen. Welche Kiste würdest du wählen? Du weißt nicht, welche Arten in den Kisten stecken. Überlege, welche Tiere sind weniger gefährlich. Ratten verbreiten viele Krankheiten, die deiner Gesundheit schaden. Es genügt schon, einen Nager anzufassen, um sich einen Keim einzufangen. Etwa 15% aller Schlangenarten sind für Menschen gefährlich. Von den mehr als 35.000 existierenden Spinnarten können nur einige Dutzend, weit weniger als 1%, Gift produzieren, das für den Menschen gefährlich wird. Mit anderen Worten, greif in die Spinnenkiste. Auch wenn es schwer ist, den Ekel zu überwinden. Nee, du zuerst. Nummer 10. Wichtige Dokumente. John, Direktor eines großen Unternehmens, gelang es, seine Partner zur Unterzeichnung eines sehr wichtigen Vertrags zu bewegen. Dieses Dokument steckte er in eine Mappe und legte sie auf den Tisch in seinem Büro. Als er am nächsten Morgen zur Arbeit kam, war die Mappe verschwunden. John versammelte alle Mitarbeiter, die zu diesem Zeitpunkt im Büro waren und befragte sie. Die Putzfrau sagte, dass sie mit dem Bodenwischen viel zu tun hatte und auf nichts in der Umgebung geachtet habe. Der Designer sagte, dass er seinen Arbeitsplatz nicht ein einziges Mal verlassen habe. Außerdem hätte er als Künstler kein Interesse an den Vertragsunterlagen. Der Buchhalter sagte, dass er Johns Büro betreten hatte, weil er einige Unterschriften brauchte. Aber als er sah, dass niemand da war, ging er sofort wieder. Wer hat die Mappe mit dem Vertrag gestohlen? Das war der Designer. Woher sollte er sonst wissen, dass in der fehlenden Mappe der Vertrag steckt? Nummer 11. Das Rätsel der Woche. Wenn heute Freitag ist, welcher Wochentag wird dann in 72 Tagen sein? Sonntag. 72 Tage sind 10 Wochen und 2 weitere Tage. Freitag plus 2 Tage ist Sonntag. Nummer 12. Sockenpuzzle. Matthew trägt entweder nur schwarze oder nur weiße Socken. Eines Abends hat er es eilig, sich auf das romantische Abendessen mit seiner Freundin vorzubereiten. Plötzlich fällt der Strom aus. Matthew hat 10 weiße und 10 schwarze Socken in seiner Schublade, aber alle sind gemischt. Im Zimmer ist es stockdunkel. Matthew kann also nichts sehen. Wie viele Socken muss er aus der Schublade ziehen, um zwei passende zu bekommen? Nur drei. Bei einem Zug von drei ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er zweimal die gleiche Farbe zieht. Nummer 13. Besondere Monate. Was kannst du Mitte, April und September sehen, aber nicht in den anderen Monaten? Der Buchstabe P. Ja, das war eine Spaßfrage. Nummer 14. Eine Geistergeschichte. Jessica ist in einem verlassenen Haus. Es heißt, dass es darin spukt. Das Mädchen ist in einem dunklen Raum und sie weiß, dass auch ein Gespenst da ist. Aber zur gleichen Zeit ist sie die einzige im Raum. Wie ist das möglich? Jessica ist das Gespenst. Nummer 15. Eine Grenzfrage. Es wurde einmal direkt auf der Grenze von zwei Ländern ein Auto gefunden. Der Wagen war leer, aber der Kofferraum war voll mit Goldminzen. Die Zollbeamten erkannten sofort, dass hier jemand versuchte, Gold zu schmuggeln. Aber welche Grenzschutzbeamten sollten in diesem Fall ermitteln? Keine von beiden. Die Grenzschutzbeamten sind dafür nicht zuständig. Das ist die Aufgabe der Polizei. Okay, ich weiß, dass du jetzt auf die Ergebnisse wartest. Mal sehen. Wenn du ein bis fünf Rätsel gelöst hast, dann übe einfach noch ein bisschen. Integriere Rätselraten in deinen Alltag und besuche auch einige Detektivkurse. Hast du sechs bis zehn Rätsel richtig beantwortet, bist du gut, aber noch kein zertifizierter Detektiv. Aber mit Sicherheit bist du ein Detektivassistent. Wenn du elf bis fünfzehn richtig geknackt hast, dann willkommen an Bord. Du hast es verdient, mit Sherlock und anderen legendären Detektiven im selben Team zu sein. Und bist du Sherlock? Welche Stufe hast du erreicht? Hey, qualmt dir noch der Kopf vom Nachdenken? Dann like dieses Video und tal es mit deinen Freunden. Und jetzt kommen sehr informative Videos, die dich begeistern werden. Klicke einfach nach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.